Hey, Sean. Hey. Sean! Ich hab deinen Rat befolgt. Und er war wirklich gut. Sean? Sean! Also, Sie glauben vielleicht, dass Sie mich kennen, aber ich weiß nicht, wer Sie sind. Mein Name ist Captain Coulter Stevens. Du machst mir echt Angst. Rede mit mir, Sean. Ich weiß weder, wer Sean ist, noch weiß ich, wer Sie sind. Willkommen zurück, Captain Stevens. Wo bin ich? Sie sind im Innern des Source Code. Was ist der Source Code? Das ist ein Computerprogramm, Captain. Source Code ermöglicht es Ihnen, die Identität eines anderen Mannes einzunehmen in den letzten acht Minuten seines Lebens. Heute ist um 7.48 Uhr eine Bombe in einem Zug aussahhalb von Chicago explodiert und hat alle Passagiere getötet. Denken Sie nach, Captain. Wer hat den Zug in die Luft gejagt? Ich hab keine Ahnung, wer das getan hat. Dann versuchen Sie es nochmal. Warten Sie, nein! Und? Was denkst du? Es ist derselbe Zug, aber es ist anders. Wir haben Informationen, dass es in sechs Stunden einen weiteren Angriff geben wird. Wenn Sie den Attentäter finden, kann der nächste Angriff verhindert werden. Wir dürfen nicht versagen. Was würden Sie tun, wenn Sie weniger als acht Minuten zu leben hätten? Ich würde jede Sekunde auskosten. Ich will sofort wieder rein. Ich muss Sie retten. Das geht nicht, so funktioniert es nicht. Christina ist tot. Ich kann das verhindern. Sie können die Realität nicht verändern, während Sie innerhalb des Source Code sind. Geben Sie mir bitte die Chance, es zu versuchen. Was ist los? Er ist in Gefahr. Sag mir, dass alles gut wird. Alles wird gut werden.